Bei der Nutzung der LiveIQ-Anwendungseinheit ist Folgendes zu beachten. Stellen Sie anhand des digitalen Füllindikators sicher, dass das Gas für die Behandlung ausreicht. Stellen Sie sicher, dass der Flow-Regler in Position 0 eingerastet ist. Das Versorgungsgerät kann auf zwei Arten angeschlossen werden. Es kann am Flow-Ausgang und oder am Druckausgang angeschlossen werden. Die Versorgungsschläuche sollten jedoch nicht an beiden Ausgängen gleichzeitig angeschlossen werden. Anschluss über Flow-Ausgang Bevor Sie den Versorgungsschlauch mit dem Flow-Ausgang verbinden, stellen Sie sicher, dass der Patient nicht an dem Versorgungsschlauch angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das Maß des Schlauchendes mit dem Flow-Ausgang des Ventils zusammenpasst – 6 mm äußerer Durchmesser – und prüfen Sie dessen festen Sitz. Öffnen Sie das Flaschenventil langsam und vollständig durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn auf die Position ON. Bei Anschluss eines Versorgungsgeräts am Flow-Ausgang stellen Sie am Flow-Regler schrittweise die benötigte Flow-Menge ein. Stellen Sie sicher, dass der Flow-Regler korrekt eingerastet ist und sich nicht zwischen zwei Einstellmarken befindet. In diesem Fall würde die LIV-IQ-Anwendungseinheit nicht den gewünschten Durchfluss des medizinischen Gases ermöglichen. Der Patient kann jetzt an das Versorgungsgerät angeschlossen werden. Für einen sicheren und bequemen Anschluss ist an den LIV-IQ-Anwendungseinheiten mit Druckgasflaschen bis zu 5 Litern eine Einhängevorrichtung für das Bett angebracht. Auf der Digitalanzeige der LIV-IQ-Anwendungseinheit befinden sich folgende Symbole. Zeigt die eingestellte Durchflussrate an. Das Flusssymbol zeigt an, dass der Gasfluss aktiv ist. Mindestens verbleibende Therapiezeit bei der gewählten Flow-Einstellung. Der Füllindikator im unteren Teil des Displays zeigt die noch verbleibende Gasmenge an. Die Raute zeigt an, dass die Flasche neu und voll ist. Um die Patientenbehandlung zu beenden oder falls die Gasflasche leer ist und gewechselt werden muss, gehen Sie bitte folgendermaßen vor. Stellen Sie sicher, dass der Patient nicht mehr an das Versorgungsgerät angeschlossen ist. Drehen Sie den Flow-Regler langsam auf Position 0. Schließen Sie das Flaschenventil durch Drehen im Uhrzeigersinn auf die Position OFF. Drehen Sie den Flow-Regler zur Entlüftung des Gerätes vollständig auf, solange bis kein Gasfluss mehr hörbar ist. Drehen Sie anschließend den Flow-Regler wieder zurück auf Position 0. Lösen Sie die Verbindung vom benutzten Ausgang. Anschluss über Druckausgang Der Druckausgang ist mit einer Schnellkupplung ausgestattet und ermöglicht den Anschluss an ein entsprechendes Medizinprodukt. Der Nenndruck beträgt 4,5 Bar. Der Flow-Regler wirkt nicht auf die Schnellkupplung des Druckausgangs. Um ein Versorgungsgerät an die Schnellkupplung des Druckausgangs anzuschließen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker für das jeweilige medizinische Gas kompatibel ist. Danach verbinden Sie die Schnellkupplung und den Stecker, sodass dieser richtig einrastet. Ziehen Sie am Stecker, um den korrekten Sitz zu prüfen. Öffnen Sie das Flaschenventil langsam und vollständig durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn auf die Position ON. Der Patient kann jetzt an das Versorgungsgerät angeschlossen werden. Bitte beachten, die Schnellkupplung hat keine Parkstellung, falls der Stecker gelöst wird. Lösen Sie die Schnellkupplung erst, wenn das Flaschenventil geschlossen und das Ventil drucklos ist. Eine schlechte Verbindung kann zu Undichtheiten und oder zum Auswerfen des Steckers sowie zu Verletzungen oder Beschädigungen führen. Dieses Video zeigt die wichtigsten Funktionen der LiveIQ-Anwendungseinheit. Dieses Video ersetzt jedoch nicht das sorgfältige Durchlesen der Gebrauchsanweisung für die LiveIQ-Anwendungseinheit. Das Video zeigt die wichtigsten Funktionen der Gebrauchsanweisung für die LiveIQ-Anwendung. Das Video zeigt die wichtigsten Funktionen der Gebrauchsanweisung für die LiveIQ-Anwendung.